Musik Mein Titel für heute ist Satans unermüdlicher Kampf gegen wahre Christen. Satans unermüdlicher Kampf gegen wahre Christen. Ja, drei Tage ist es jetzt her, dass wir den letzten Tag der ungesäuerten Brote zur Gottes Ehre gehalten haben. Es war viel Gemeinschaft zu sehen. Manche haben sich der Wanderung geopfert. Wir hatten gute Gespräche, andere haben andere Aktivitäten gemacht. Wir hatten ein Hoffest und wir hatten tolle Gemeinschaft zusammen mit den Geschwistern. Auch wenn es eine kurze Zeit war, waren wir trotzdem für einen Teil aus der Welt heraus gegangen. Auch gab es natürlich Niederschläge, weil wir wissen, dass Satan nicht schläft. Auch gab es Krankheiten. Es gab auch Einsalbungen. Manche haben sofort geholfen, manche haben einen anderen Wendepunkt gehabt. auch einige Tage vor dem Passa, aber auch direkt zum Passaabend, waren viele mit Problemen behaftet. Manche Dinge waren grausam oder erniedrigend, dass Satan unermüdlich daran arbeitet, dass wir daran scheitern. dass wir aufgeben und in uns Zorn anhäufen gegen Gott, uns dann beschweren, weil er uns ja nicht geholfen hat. Einige hatten während der Tage mit Problemen zu kämpfen. Und zu allerletzt setzte Satan noch am letzten Tag, am Abend, dann die Krone noch mal auf. Als ob es nicht genug war, hatten wir das große, enttäuschende Abendessen oder auch kein Abendessen. Andere aßen kalt, andere bekamen gar nichts. Ja, mein Essen war mir kalt serviert worden. Laut der Beschreibung in der Menükarte sollte es mit einer angenehmen Senf-Jalapeno-Soße über mein Fleisch gegossen sein, so ein schönes Putensteak. Gekommen ist ein kaltes Putensteak mit einer Barbecue-Soße im Glas und dazu noch obendrauf Bratkartoffeln mit Schweinespeck. Tja, sehr ungenießbar, aber die Sache war, was musste noch alles passieren? Und letzten Endes wissen wir, dass die ganze Welt voller Probleme steckt. Die Frage ist dann auch immer, was wir daraus machen. Denn es können Tests von Gott sein. Und wir leben in einer Zeit des großen Desasters, Tests, weil Satan sich sehr viel Mühe gibt und er zieht zur Zeit, man hat zumindest das Gefühl, er zieht an allen Registern, um die Menschheit zu einer Selbstzerstörung auch zu motivieren. Und ich möchte nicht über die katastrophale Politik sprechen, aber die Motivation Satans ist schon sehr enorm und natürlich auch pervertiert. Aber was geschieht mit uns? Das ist die allumfassende Frage. Was passiert mit uns? Wir wissen, was die Zukunft bringt. Aber können wir uns auch dieses Ausmaß vorstellen, was geschehen wird? Was das ganze Ausmaß für uns bedeutet? Wir wissen von der kommenden Prübsal, wir wissen von Kriegen, wir wissen von Leiden, von Kummer und von großen Problemen. Zerstörung der Menschheit. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche in einer Blase leben und gar nicht merken oder verstehen, was überhaupt passiert. Und die Frage ist dann immer, was macht man daraus? Manche machen sich eigene Probleme, wo es gar keine Probleme gibt, aber man macht daraus aus einer Mücke vielleicht einen Elefanten, vielleicht sogar Probleme mit Geschwistern. Und die Frage ist immer, nutzt das etwas? Manche verlassen die Kirche deswegen. Man bekommt Angst, vielleicht Angst um seinen Job, Angst über die Zukunft, was mit einem passieren wird, was einem widerfährt. Wir haben innere Ängste über all das, was um uns herum geschieht, haben vielleicht Angst, unser Hab und Gut zu verlieren oder leben eben in dieser Blase, dass man denkt, ich will diese Probleme nicht, ich will in einer anderen Welt sein, so vielleicht in der Zauberer von Ost, alles im Wunderland, das Leben ist kein Ponyhof und dem müssen wir uns einfach klar werden, aber Christus hat diese Welt überwunden, er hat große Probleme gehabt und ich finde ein bestimmtes Gleichnis, das uns Christus gegeben hat, sehr bemerkenswert und auch sehr interessant, weil es geht nicht nur um ein Gleichnis, es geht nicht nur um ein Beispiel oder eine Geschichte, die wir lesen und manchmal lesen wir die Dinge vielleicht wie eine Geschichte und schauen nicht auf die Message darauf, denn es ist ein Gleichnis, das uns eine große Botschaft gibt für uns alle heute. Schauen wir es uns an in Lukas 18 Lukas 18 und die Verse 1 bis 8, wir kennen sie alle, aber ich möchte ein bisschen tiefer greifend auf die Botschaft gehen, was uns Christus damit sagen will. Lukas 18 die Verse 1 bis 8 er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinen Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon nicht vor Gott fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Rechtschaffen sein die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte er bei ihnen lange warten, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Was ist das für eine Message? Was sagt uns das? Außer dass die wirklich Probleme hatte, sie hat ihn immer wieder bedrängt, soll doch ihr helfen, hat es erst mal nicht getan, dann hat er es doch getan. Und was hat das mit dem Glauben dann zu tun, wenn Christus zurückkommt, ob er Glauben auf Erden findet? Ich zitiere es zunächst einmal aus der Hoffnung für alle, denn sie hat eine gewichtige Aussage, aber es ist einfacher zu verstehen. In Hoffnung für alle, Kapitel Lukas 18, Vers 1, heißt es, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Um das geht es. Vers 2, in einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig war. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag und Nacht mit ihrer Not. Verhilfe mir doch endlich zu meinem Recht, sagte sie zu dem Richter. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärt dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn er schon so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten, wird er sie etwa lange warten lassen? Und die Frage ist immer, was ist lange und was ist kurz? Wie schnell ist schnell? Wie viel Geduld habe ich dafür? Wir wissen, dass ein Tag kann für Gott 1000 Jahre sein oder 1000 Jahre ein Tag. Also wie schnell ist schnell? Vers 8 Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen, aber es geht nach Gottes Willen, nach Gottes Geschwindigkeit, nicht nach unserem Willen, nicht dass wir uns vorstellen. Die Frage ist, und es ist die alles umfassende Frage, wird der Menschensohn Christus, wenn er zurückkommt auf die Erde, überhaupt noch Menschen mit solchem Glauben finden? Denn Glauben, auch wenn es lange ist, diese Zeitintensität, dass man darauf wartet und trotzdem betet, weiterbetet, darauf beharrt, manchmal muss man Gott damit bedrängen, dass er einem hilft. Aber das ist eben unsere Prüfung. Und dieser müssen wir verstehen. Wir müssen Gott die Zeit dafür lassen. die Witwe hatte auch keine Angst vor dem Richter, ihn zu bedrängen und ihm klar zu machen, dass er ihr helfen muss, weil sie wusste, sie ist im Recht. Und sie hat es unermüdlich getan. Und das ist genau diese Botschaft. Wir müssen unermüdlich immer wieder, immer und immer wieder beten. Auch wenn es zermürbend ist. Wir denken, der hilft mir gar nicht. Und dann beschwert man sich, dass Gott einem nicht hilft. Wobei liegt es an einem selbst. Man muss auch mal warten und sich ohne zu beschweren. Manchmal gibt man auf, weil man Angst hat. Und die Frage ist dann, wie schnell ergeben wir uns? Weil man nicht warten will und nicht warten kann. Ängste kommen dabei vor. Und lassen wir uns von Angst überfluten und geben dann auf? Was ist Angst? Was macht Angst in uns? Und was bewirkt diese Angst letztendlich? Angst ist eigentlich nur ein menschliches Gefühl, eine Emotion. Das Herz schlägt schneller, Stresshormone werden ausgeschüttet, auf Bedrohung wird entweder mit Angriff oder mit Flucht reagiert, Ängste können uns zur Unentschlossenheit führen und sie halten uns von unseren eigentlichen Zielen ab, weil sie uns überwältigen, lässt man von dem Wichtigen ab. Unser Fokus auf das, was für uns wichtig ist, wird verloren gehen. Angst wird in unseren Glauben schwächen und ihn gar zunichte machen und das ist genau das, was Satan von uns erwartet. Das ist sein Haupt Augenmerk und Satan wird seinen Fokus auf uns gerichtet nicht verlieren. Er wird immer weitermachen und es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer werden. Und das ist nicht alles, was Satan zurzeit macht, dass das, was wir jetzt erleben, der Abschluss ist. Viele schlimmere Zeiten. Angst lässt uns durchaus an vielen Dingen verzweifeln und an unserem Wachstum scheitern lassen. Es gab viele, die mit Ängsten behaftet waren. Manchmal waren diese Ängste menschlich gesehen, sogar berechtigt und zu verstehen. Aber geistlich betrachtet war es immer eine Prüfung, mit der Gott sogar die alten Propheten damals, wie er uns heute prüfte und auch weiter prüfen wird. Nicht, dass wir die Einzigen wären, sagen, ja, wir haben die Prüfung. Im Allentestament hatten die Propheten auch Prüfung. Auch Petrus, Paulus, Johannes, Stephanus, alle hatten Prüfung. Und auch dieses Gleichnis mit dem Richter und der Witwe ist eine Prüfungsvorbereitung für uns, dass wir uns genau daraufhin vorbereiten müssen. In Vers 1 heißt es, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben. Dass wir nicht nachlassen, sondern Paulus sagt, lasst euren Geist in euch brennen. Und das ist unsere Aufgabe, die von Christus an uns gefordert ist. Petrus sagte, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Lebe und sucht, wen er verschlingen kann. Satan möchte uns im Sumpf mitsehen, da wo er auch hingehen wird. Er möchte uns brennen sehen, er möchte uns scheitern sehen, denn das macht ihn fröhlich. Und das dürfen wir nicht zulassen. Auch Paulus sagte in 1. Thessaloniker 5 und Vers 16 seid allezeit fröhlich. und Vers 17 sagt, er betet ohne Unterlass. Hört nicht damit auf. Seid dankbar in allen Dingen. Dankbar in allen Dingen, auch wenn Probleme behaftet sind. Seid dankbar, dass ihr geprüft werdet. Denn was wäre, wenn wir mal nicht mehr geprüft werden? Wo ständen wir dann? Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Denn Geist löscht nicht aus. Hoffnung für alle. Schreibt es anders. Freut euch zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Egal was ist. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott ganz gleich schauen wir ganz gleich wie eure Lebens Umstände sein mögen. Dankbarkeit ist wichtig. Und wir können Gott nicht genug dankbar sein, denn er hat Jesus Christus seinen Sohn für uns opfern lassen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein, wenn wir das zulassen, wenn wir mit dem Geist Gottes arbeiten. Vers 19 sagt er, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn wir daran zweifeln, lassen wir den Geist Gottes nicht in uns wirken und nicht mit uns wirken. Ein Zweifler kann nicht bestehen, sagt Jakobus. Aber hört niemals auf zu beten. Niemals. Und Paulus sagt das immer wieder. Schauen wir es uns an in Römer 12 und Vers 12 Er sagt auch, seid fröhlich in Hoffnung geduldig in Trübsal und die Trübsal ist ja noch gar nicht da. Das was wir hier erleben ist, das ist ja alles noch Zuckerschlecken. Auch wenn es wehtut, menschlich gesehen. beharrlich im Gebet immer wieder beharrlich im Gebet hört nicht auf zu beten. Bittet Gott darum. Auch Epheser 6 Epheser 6 und die Verse 18 bis 20 Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin, schauen wir, in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Paulus lag zu der Zeit in Gefangenschaft und er hat nicht aufgehört zu beten. Er hat nicht aufgehört mit dem Glauben an Jesus Christus und Gott dem Vater. Nein, er hat darum gebittet und er bittet alle anderen oder hat alle anderen darum gebittet, dass sie für ihn beten, dass er weiterhin stark bleibt. Viele waren im Gefängnis und irgendwann, wenn die Zeit da ist, könnten auch einige von uns im Gefängnis landen. die Frage was machen wir daraus? Jeremia war nach jüdischer Tradition ins Gefängnis gekommen und man löschte sogar seine ganze Familie aus mitsamt den Kindern. Und er war nicht nur in einem normalen Gefängnis wie ich es heute vorstellen können, nein, er war zuerst in einem alten Brunnen, der ausgetrocknet war, darin reingesteckt worden und danach in einem Gefängnis. Immer und immer wieder. Auch Zedekia, man stach ihm die Augen aus, legte ihn in Ketten und warf ihn ins Gefängnis. Bis zum Tode. Und das sind keine Verhältnisse, wie wir sie heute haben. Heute haben die gefangenen Fernsehen, Fitnessgeräte, alle möglichen Getränke, alles mögliche gute Essen. Das sind andere Verhältnisse, aber die haben sie nicht gehabt. Daniel war in der Löwengrube und seine Freunde im brennenden Ofen. Und dann sagen manche, das ist so schwer, das sind so starke Probleme und ich kann daraus nichts machen und ich weiß nicht, wie ich da raus komme. Johannes der Teufel wurde gefangen genommen, kam ins Gefängnis, wurde geköpft. Petrus war mit dem Johannes, besten Freund von Christus im Gefängnis. Sie waren von dem Hohen Rat, mehrmals. Und Stephanus wurde gefangen genommen, wurde gesteinigt. Das sind Probleme. Aber lesen wir einmal Daniel 11. Was Daniel uns so schön ist zu sagen, hat wie friedlich die Welt doch wird. Und wie schön und ohne Probleme alles wird. Daniel 11. Die Verse 31 bis 35. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild, der Gräuel der Verwüstung aufstellen. Das ist etwas, was in der Zukunft noch geschehen wird, wenn Jerusalem erobert wird. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die dem Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Vers 33. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und einige von den Verständigen werden fallen, damit sie bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes, denn es dauert noch bis zur bestimmten Zeit. Haben wir diese Message verstanden? Oder war das nur eine kleine Geschichte? Ja, Lesestunde. Die Verse 31 bis 35 finde ich sehr bemerkenswert. Wir gehen erstmal auf Vers 33 und 35 ein. Man muss hier etwas genauer auf die Message oder auf die Botschaft achten, was hier gesagt wird. Er sagt in Vers 33 und die Verständigen im Volk, das sind wir, die wir die Wahrheit Gottes verstanden haben, hoffentlich, richtig, werden vielen zur Einsicht verhelfen. Wir, die Verständigen, werden vielen zur Einsicht verhelfen. Nicht nur die Predigerschaft, wir alle sind damit gemeint. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis. Einige werden eingesperrt werden und Raub eine Zeit lang. Schauen wir uns einmal Lukas 21 an, aber markieren sie sich die Stelle in Daniel 11, weil wir wieder zurückkehren werden Lukas 21 die Verse 12 bis 15 aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen werden euch über antwortende Synagogen und Gefängnissen schauen wir das Gefängnis und euch verkönigen und Stadthalter führen um meines Namens willen diesen Stadthaltern und Königen ist nichts anderes wie vielleicht Polizei oder Regierungsbeamte oder Gerichtsbeamte oder was auch immer heute dort wird euch widerfahren oder das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis so nehmt nun zu Herzen dass ihr euch nicht sorgt wie ihr euch verteidigen sollt denn ich will euch Mund und Weisheit geben der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können also Gott wird uns genügend Heiligen Geist geben zu diesem Zeitpunkt um argumentieren zu können warum wir das tun wieso wir das tun auch wenn wir damit aufhören sollen dass wir widerstehen können sagen nein wir werden das nicht tun aus diesen diesen Gründen wir dürfen nicht aufgeben auch wenn es Gefängnis bedeutet auch wenn es schwer werden wird und es wird schwer werden schauen wir auch Offenbarung 2 an Offenbarung 2 und die Verse 10 bis 11 er sagt fürchte dich nicht vor dem was du leiden wirst siehe der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen also werfen lassen von die Regierungsbeamten damit ihr versucht werdet das heißt wir stehen ständig unter irgendeiner Prüfung und die Frage ist dann was machen wir daraus geben wir auf lassen wir es dann sein sie dürfen nicht mehr den Sabbat halten sie dürfen nicht die fest tagelich halten sonst werden wir sie sanktionieren wir nehmen ihre können noch etwas mehr Tage sein sei getreu bis an den Tod so will ich dir die Krone des Lebens geben wer Ohren hat der höre was der Geist den Gemeinden sagt wer überwindet dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tote lassen wir uns beängstigen oder halten wir durch schauen wir auch kurz Daniel 11 an aber wir gehen danach wieder zu Lukas dann Daniel 11 Vers 31 und seine Heere werden kommen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuel der Verwüstung aufstellen und da wird einige mit Tränken zum Abfall führen Vers 32 die den Bund übertreten schauen wir auch Lukas 21 Vers 20 an Lukas 21 und Vers 20 wenn ihr aber sehen werdet dass Jerusalem vom Heer belagert wird schauen wir diese Parallel Stelle dann erkennt dass seine Verwüstung nah herbeigekommen ist als dann wer der Judah ist der fliehe ins Gebirge und wer in der Stadt ist gehe hinaus und wer auf dem Lande ist komme nicht hinein denn das sind die Tage der Vergeltung das erfüllt werde alles was geschrieben ist weh den Schwangeren und den Stillenden in jeden Tag denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dieses Volk kommen und Wertes und gefangen weggeführt unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind diese Probleme werden kommen es ist vorausgesagt aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament wenn uns jemand sagt das Alte Testament ist vorbei dann wissen wir dass der lügt denn genau das zeigt uns dass es eben nicht vorbei ist dass das Alte Testament das Neue einher gehen gemeinschaftlich lesen wir weiter Daniel 11 Vers 34 während sie verfolgt werden schauen wir auch hier wieder wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden Schwierigkeiten werden kommen aber wenn Hilfe kommen soll dann brauchen wir Geduld dafür wir müssen abwarten wir dürfen nicht aufgeben nur wer behaart der wird auch die Hilfe bekommen es heißt weiter aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten schauen wir die die belehrt worden sind die werden nicht bleiben und einige von den verständigen das sind wir wieder die wir den verstand bekommen haben werden fallen einige von uns können fallen aber damit sie bewährt rein lauter werden für die Zeit des Endes also man geht durch eine Zeit der Trübsal durch große Probleme werden da sein zur Prüfung damit sie lauter und rein werden danach denn es dauert noch bis zur bestimmten Zeit wir müssen in dieser Zeit der Probleme der Trübsal alle werden Probleme bekommen wenn die harte Trübsal beginnt dann können wir nur hoffen dass wir am Ort der Sicherheit sind aber das wissen wir eben nicht keiner weiß das schauen wir auch Lukas 21 Vers 16 an Lukas 21 Vers 16 Ihr werdet aber verraten werden schauen wir Ihr werdet verraten werden von Eltern und Geschwistern Verwandten und Freunden und sie werden einige von euch zu Tode bringen also sie werden uns verraten dass wir getötet werden sollen und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen aber er sagt uns auch eine weitere Botschaft und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen das heißt wir werden nur diese Gunst haben dass uns kein Haar verloren geht wenn wir standhaft bleiben nur dann werden wir Hilfe bekommen das gleiche was auch Offenbarung 2 Vers 10 ausgesagt hat und das haben wir bereits gelesen wir werden Hilfe bekommen aber wir müssen standhaft bleiben auch wenn es der Tod bedeuten würde und das ist es wo uns keine Angst machen darf der Tod dieser menschliche Tod darf uns keine Angst machen es wird eine sehr rasante Zeit werden schauen wir es uns auch an Lukas 12 wir alle kennen diese stellen aber es sind eben nicht nur Geschichten sondern es sind Botschaften die für uns sehr wichtig und elementar sind Lukas 12 beginnt mit Vers 49 ich bin gekommen Feuer auf die Erde zu werfen sagt Christus was wollte ich lieber als dass es schon brennte und das war die Zeit wo Christus noch vor seinen Problemen stande und er wollte dass es endlich vorbei ist weil er weiß was es bedeutet auch dass wir dieses Leid nicht mehr lange ertragen müssen aber ich muss mich taufen lassen sagt er mit einer taufe und wie ist mir so bange bis sie vollendet ist Christus ist ja durchgegangen Ängste sind menschlich gesehen legitim aber geistlich gesehen hat er sie überwunden er hat es überwunden und er hat nicht einmal dafür gesündigt meint ihr dass ich gekommen bin Frieden zu bringen auf Erden sagt Christus ich sage euch nein sondern Zwietracht denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein drei gegen zwei und zwei gegen drei es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter Schauen Sie sich das an scheint nicht gerade nach friedlicher Zeit zu lesen Herr Räts hat vorhin gelesen aus 2. Timotheus 3 die Verse 1 bis 4 den Leuten ist das egal sie sind gottlos da ist auch keine Erziehung mehr Kinder schlagen heute schon gegen alte Leute Amokläufer das ist keine friedliebende ruhige Welt und genau das ist es was Satan zum Ende noch viel stärker machen wird es wird noch viel schlimmer werden als das was wir heute sehen er wird viele dazu bringen seine eigenen Geschwister hier in der Kirche zu hassen das muss man sich einmal vorstellen zu verraten dass sie dadurch zum Tode kommen das ist es was Satan will und das muss man sich erstmal begreiflich machen sich mal selbst fragen was ist wenn ich derjenige bin der jemanden verrät wie schrecklich ist das Christus wird daran keine Freude haben und das gleiche lesen wir auch in Matthäus 10 die Verse 34 wir dürfen uns von dieser Welt nicht verblenden lassen und nicht glauben ach das wird schon alles gut nein leben wir mit diesem Problem umso mehr wir uns diesen Problem anfreunden und damit leben können umso einfacher wird es für uns werden aber das funktioniert eben nur dann wenn wir den Geist Gottes in uns haben Matthäus 10 Vers 34 ihr sollt nicht meinen dass ich gekommen bin Frieden zu bringen auf die Erde ich bin nicht gekommen Frieden zu bringen sondern das Schwert denn ich bin gekommen den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter und das Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein Vater und Mutter können das sein der eigene Bruder kann das sein auch fleischlich Bruder nicht nur geschwisterliche Brüder und Schwestern sondern auch aus der eigenen Familie aus dem eigenen Blut heraus aber er sagt auch wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich der ist meiner nicht wert und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich der ist meiner nicht wert und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach wer seine Probleme nicht auf sich nimmt und das akzeptiert und nicht damit leben will der ist meiner nicht wert wer sein Leben findet oder wer sein Leben sucht wer sein Leben sein Menschenleben erhalten will auf Teufel komm raus der wird es verlieren und wer sein Leben verliert sein Menschenleben verliert um einen Willen um Jesus Christus Willen der wird es finden der wird das ewige Leben bekommen schauen wir auch Psalm 4 ist ja nicht so dass das nur im Neuen Testament sein soll wir lesen auch ein bisschen aus im Alten Testament Psalm 4 Vers 2 erhöre mich wenn ich rufe sagt David Gott meiner Gerechtigkeit der du mich tröstest in Angst sei mir gnädig und erhöre mein Gebet David sprach viel von seinen Ängsten und Nöten und dennoch war er beharrlich im Gebet und hielt an Gottesweisungen fest und wie oft war David ein Problem hatte Todesängste man wollte ihn umbringen aber er hat nicht aufgegeben er hat nicht an Gott losgelassen schauen wir auf Psalm 119 Psalm 119 und Vers 143 Angst und Not haben mich getroffen ich habe aber Freude an deinen Geboten also immer beharrlich darin geblieben auch Psalm 138 Psalm 138 und Vers 7 wenn ich mitten in der Angst wandle also wenn man darin lebt mitten in der Angst was immer auf einen eintrechen sollte so erquickst du mich und rechst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten David wusste dass Gott hilft aber manchmal braucht es etwas Zeit und auch wir müssen Gott diese Zeit dafür lassen auch wenn es langes Leid bedeutet Christus sagte in der Welt habt ihr Angst aber seid getrost bis jetzt habt keine Angst denn ich habe die Welt überwunden ein gutes Paradebeispiel Christus ist für uns da durchgegangen und auch wir müssen uns diesen Beispiel annehmen und Christus damit folgen aber Christus erklärt uns auch ganz klar und deutlich worauf wir uns in der nächsten Zeit konzentrieren müssen er wird Satan viele Dinge tun lassen um uns zu ärgern nicht wahr nein er lässt die Dinge Satan tun um uns zu prüfen er will dass wir stark werden er will uns damit stark machen und Gott wird uns dabei helfen wenn wir ihm treu bleiben wenn wir diesen Prüfungen uns nicht annehmen und wir uns ständig dagegen wehren wie wollen wir im Millennium anderen Menschen helfen wenn wir das nicht verstanden haben wenn wir immer davor weglaufen oder uns eigene Probleme anhäufen damit die Kirche vielleicht sogar verlassen ich kriege das nicht ich will das nicht ich brauche eine Auszeit was auch immer so funktioniert das Leben eines wahren Christen eben nicht und die Bibel ist voll damit was Christus von uns erwartet wir sollen uns nicht sorgen keine Ängste haben nein wir müssen sogar füreinander da sein das ist es was Christus von uns erwartet dass wir uns gegenseitig helfen dass wir gastfreundschaftlich sind gegenüber jeder Mann und nicht nur ausgewählten Geschwistern oder ausgewählten Personen diese Rosinenpickerei ja den lade ich jetzt ein ah nee den will ich aber nicht sehen das ist schlecht wenn wir das tun ist es nicht gut wenn das in unserem Herzen ist dann stimmt etwas wir alle müssen und werden durch Leid gehen und das ist es was uns erfolgreich machen soll schauen wir auch Matthäus 24 und Vers 12 an Matthäus 24 und Vers 12 und weil die Missachtung des Gesetzes oder die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird wird die Liebe in vielen erkalten schauen wir die Liebe in uns Gottes Liebe wird in uns erkalten und das ist der Grund dass einige davon abfallen können vom Glauben Hoffnung für alle übersetzt es folgendermaßen und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden und es wird so kommen und es wird noch viel schlimmer werden setzt sich das Böse überall durch oh das ist toll oh wir brauchen nicht den Sabbat zu halten toll ja komm wir hauen denen die Szene ein toll wir reißen die Alten aus dem Bus raus toll die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten sagt Christus die Liebe wird in den meisten von euch erkalten diese Botschaft die muss man erstmal schlucken weil es geht um uns es geht nicht um die Leute draußen es geht um uns aber wer bis zum Ende standhält der wird gerettet nur dann wenn man treu bleibt wenn man stark bleibt wenn man sich durch Gottes Geist leiten lässt dann wird man gerettet einige werden vom Glauben abfallen und wie wir bereits gelesen haben werden einige den anderen zum Tode verraten oh ja passen sie auf da und da ist er aber tun sie mir nichts Judas hat das schon gemacht bei Jesus Christus hat sogar Geld dafür bekommen und das Endresultat war er hat es menschlich bereut und hat sich den Strick gegeben was hat es genützt nichts hat es genützt schauen wir auch Johannes 12 an Johannes 12 mal gucken ob ich meine Zeit halten kann ich hoffe doch sehr Johannes 12 und Vers 25 er sagt auch hier wer sein Leben lieb hat sein menschliches Leben lieb hat der wird der wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst der wird es bewahren zum ewigen Leben wer mir dienen will der folge mir nach und wo ich bin da soll mein Diener auch sein und wer mir dienen wird den wird mein Vater ehren das ist die Message wenn uns unser menschliches Leben nicht so viel wert ist wie das ewige Leben und Jesus Christus und Gott dem Vater dass wir treu bleiben dass wir stark bleiben die Probleme überwinden so hart es auch kommen kann und wird dann wird Christus und Gott der Vater uns das ewige Leben geben jeder muss seine eigene Entscheidung treffen aber jeder mag auch wissen wer Wind sät wird Sturm ernten Satan wird weiter und weiter unermüdlich daran arbeiten uns zu zerstören uns vom Glauben wegzubringen und den einen oder anderen zu hassen wenn nicht sogar Gottes Gebote und Gott selbst zu hassen und davor müssen wir aufpassen bei manchen wird er durchaus Erfolg haben aber es gilt nach wie vor bleib stark halte dich an Gott bete ohne Unterlass immer wieder und ständig und lass dich nicht aufhalten auch wenn es schwer wird wir müssen standhaft bleiben verliere nicht den Glauben verliere nicht die Hoffnung und verliere ganz besonders nicht die Liebe das ist was uns zusammenhält die Liebe Gottes schauen wir uns die letzte Stelle an 1. Johannes 1. Johannes Kapitel 4 und die Verse 17 bis 21 darin ist die Liebe bei uns vollendet auch dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts denn wie er ist so sind auch wir in dieser Welt Furcht ist nicht in der Liebe sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus denn die Furcht rechnet mit Strafe wer sich aber fürchtet der ist nicht vollkommen in der Liebe lasst uns lieben denn er hat uns zuerst geliebt wenn jemand spricht ich liebe Gott und hasse seinen Bruder der ist ein Lügner denn wer seinen Bruder nicht liebt den er sieht der kann nicht Gott lieben den er nicht sieht und dies Gebot haben wir von ihm dass wer Gott liebt der auch seinen Bruder liebe nur die Liebe Gottes hält uns zusammen und lässt uns die unermüdlichen Kämpfe gegen Satan überwinden durch den Geist Gottes wir müssen mit dem Heiligen Geist arbeiten und Gott darum bitten dass er uns mit dieser Kraft immer wieder aufs Neue erfüllt der Heilige Geist muss uns immer wieder neu nachgefüllt werden und darum müssen wir bitten denn wenn Gutes aus uns heraus geht dann geht der Geist Gottes aus uns heraus in dem Moment und den müssen wir immer wieder nachgefüllt bekommen und darum muss man auch bitten nur dann können wir es schaffen und können sagen einer für alle und alle für einen und alle